So und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge League of Legends ihr bestimmt Affe spielt und zwar spiele ich jetzt AP Miss Fortune in der Mitte und wir haben Craving mit dabei mit der Nami als Support auf der Bot Lane, Clure natürlich mit Riven auf der Top, schön gecountert von Rankin haben noch Rafiki als Vayne mit dabei und Nameless im Jungle als Maokai ich werde mal hier eben, so, dann seht ihr nochmal schön die Namen im Jungle haben wir ihn mit dabei und ich wollte jetzt eben nochmal checken, ob mein League of Legends Sound da vielleicht ein bisschen lauter so, ich hoffe das geht uns gleich nicht übelst auf die Ohren aber ja, jetzt bin ich hier wieder in Mewed wie geht's dir? also wir können den Aufmerksamkeit jetzt wieder hören Mewes, so mit deiner Aufmerksamkeit Mewes, komm her wieder da ich benötige dir je Aufmerksamkeit Mewes, wie geht's dir heute? Leute so, sonst so, alles gut ich hab keine Ahnung, ich hab mir einfach gedacht, scheiß drauf ich hab doch einfach mal Dora's Ring holen können, weil das wär irgendwie nur ein bisschen besser ich spiel jetzt zum ersten Mal AP Miss Fortune in der Mitte und wir werden sehen wie sich Flask so macht wenn ich reinkarte, kacke ich rein also irgendwer wurschtelt da in seinem Mikro rum, das ist der ja, guck mal, der Affe spielt jetzt natürlich mit Land, ne? und wenn er da richtig reinkackt, sagt er natürlich halt, entschuldigt uns so von wegen ja, ich hab halt AP Miss Fortune mit dem Spiel ja, was denn sonst? und wenn du jetzt hier oben auf der Top-League da reinkackst, sagst du ich wurde ja auch gecountert, weil er Rennigan gepinkt hat ach, von wegen du entschuldest dich immer, Alter, ja genau da fang jetzt schon die Entschuldigung an, Alter, ich werd verrückt, ey wenn man gecamped wird, dann kann man die Land gar nicht richtig gewinnen ach so, ach so ja, merkt man von einem Jungler wirklich aus, wie sich die Ganglern so geworden, wie du willst ach so aber bist Fortune AP in der Mitte, da kannst du nicht verlieren, da kannst du nichts falsch machen eigentlich kannst du ja immer dein E in die Wafer und hast die Wafer abgefahren und kannst du wieder zurückziehen ja dann kann ja alles safe hier, alles safe, ey, kaboots 可能 morgens Ja clicke ich nicht einfach bin ey lol kann ich irgendwas spammen hhhhhה hab mir gefallen in die meine Beine liebling elo technisch, äh ah wunderbar leule nexus on summoning geid beinig geil ke another klat an kann echt nichts gutes Buch und haben ja vielleicht was denn Leu bons geld zu tun gehabt Hey, Loob. Boah, der hat auf Loob reagiert. Oh nein! Oh mein, hat sich schon wieder trocken. Schon wieder trocken? Ja. Also wird doch etwas trocken, sagst du? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so ein bisschen krank bin. Das ist ein ganz klein bisschen. What to do with a drunken sailor? What to do with a drunken sailor? What to do with a drunken sailor? Early in the morning, day, 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 day. Hast du mir in Ordnung gemacht, ey? Ja, das ist richtig, ne? Das ist eigentlich auch voll gut. Das läuft sehr vorbei, das ist gut, die ganze Zeit. Ah, wenn du dir mehr Lieder holst und sowas, dann, ne? Das ist auch ein Anderen klar. Dann kann man sich dann wiederholen, dass die dann auch andere Lieder sehen. Ja, du musst die einsammeln. Ja, du kannst die finden. Boah, die sind... Oh, Fisslad. Das sind los, das ist gut. Nee, ich doch nicht. Okay. Oh, doch. Du musst Navi-Supportieren. Du musst Navi-Supportieren. Du musst Navi-Supportieren. Du musst Navi-Supportieren. Das war Absicht. Ja, ich merk schon. Wir müssen den Gegnern noch so einen kleinen Vorteil geben. Nein, jetzt dreht der um. Flash doch! Mach mal was! Der hat nix! Da kann man rüber und Flash nutzen! Noo! What? Ups! Haha! Der Six flasht mich einfach an, ey. So in your face! So, dann wollen wir jetzt erstmal ein bisschen, hier, Kerlsch und sowas. Oh, nee, Kerlsch! Oh, was? Er hat noch nen Hit rausbekommen! Hast du nur diesen Darth-Budger bitte töten? Dankeschön! Nun, werd nicht übermütig! Er ist hier echt zu schade für alles. Achso, ja, Kör ist ja top, ey. Was ist da los? Nami, kommst du langsam, oder? Das ist ja los, Alter. Warum hast du jetzt... Ich schwimme! Das war einfach ein Fight of Doom. Hast du gesehen? Hast du nicht gesehen, ne? Hab ich nicht gesehen. Das war auch wieder krass, ey. Der Six Flasht mir in mein Gesicht. So... Six Balls in the face. Das ist so ein Bronze-Fünf-Spieler, ey. Wenn ich mit dir gehe, dann fahre ich immer diese Silber-Prost. Aber wenn Affe mit dir gehe, dann krieg ich das so ein Bronze-Groß, ey. Aber ich sei klar, wenn ich hier die Brocken kriege, dann kann ich wieder nur verlieren, ey. Boah, Füß, Alter. Gib ihm Möß. Das ist auch so ein richtiger Brocken. Richtiger Brocken ist dort. Ja, das fuck dich ab, Six, ne? Das fuck dich ab. Ja, ich denk mal LoL-King, sag mal, gehen die eigentlich alle LoL-Seiten nicht? Wieso scheißegal gegen wen du spielst? Wie, alle hässlich? Wieso scheißegal gegen wen du spielst? Ey, da ist ein Pantheon an der Seite. Ja, ja. Ja, ich glaub ich steh grad. Boah, ich steh dich da rüber und dann klatsch ich dir. Nein, der kommt nicht nachher. Was? Typ! Flüchte Reno! Jihaa! Ruhzug ey. Ey, heftig ey. Easy. Ich würde sagen Leute, das wäre sneaky entkommen hier, ne? Also das war auch nicht irgendwie Maokais Arbeit oder so. Sondern alles MFs Verdienst hier. Siehste, hätt ich vorhin beim komischen Clurder mein Flash gewastet. Was sagst du, ey? Er merkt hier auf der Shop, ey. Wow. Ich hab sogar Double-Kicker gemacht, viel mehr Versace. No. Du musst halt einfach nur in die Mitte kommen, ey. Hier ist es, hier ist es Wolf. So, Abflug nach Hause meine Freunde. Also erstmal. So, so. So, so. So, so. Ist das jetzt sogar ein Pink-Forge stehen? Das ist doch ein Remix. Hat er jetzt hingestellt, denk ich. Achso, ich dachte der hat den Freund schon. Ne, den hätten wir dann ja gesehen auf der Minimap... Six is miss, meine Freunde. Kein Mana? Wie der einfach nicht auf den anderen Minion springt! Und die zufälligerweise genau auf mich wirft. Der ist da! Wow, er hat ernsthaft... Aber hätte ich jetzt flash, ne? Ein bisschen verscheuchen, würde ich sagen. Gönnt ihr lieber die Minions, bevor du chased. Ah... Würde er durch einen Minion der Menschen sterben. Early in the morning! Eigentlich ist er schon, dass er mit 10 HP oder sie überlebt. Und er würde auch für meinen Gesang zu unterbrechen. Rrrrrr, Six. Early in the morning... Antion ist einfach nicht zu sehen. Das ist nicht gut. It's not good for me. Lol, jetzt habe ich den Lasten verpasst, weil ich auf diesen Six geachtet habe, ey. Hup! Oh, der war noch nicht mehr bluig. Ich geh jetzt mal zu seinem Blumenklatschschichten Six weg. Gott, ich hasse das Google Chrome. Gute Laat! Laat! Wieso bist du auf... Tschüss, mein Freund! Hahaha! Get rekt, Sixie Boiint! Weg auf, wenn's mich nicht wegkommt. So... Mobben, wann hat denn der seinen Blubuff gemacht? Oh, hier ist Pantheone! Pantheone! Der hat noch kein Blubuff. War das denn? Ich glaub, der kommt jetzt hoch, ja, der kommt jetzt hoch. Der kommt jetzt hoch zu dir. Oder er macht irgendeinen Scheißdreck. Komme, ich komme! Nee! Der hat Flash, der Sack! Ja, musste ich meine Ulti abbrechen jetzt. Und ich hab meinen Exhaust gleich wieder. In 30 Sekunden. Der Damage-Schwelle hat sich gelohnt, Six. Ja, bleib mal ein bisschen noch im Slow drin stehen. Gute Sache, gute Sache. Komm, wir würden wirklich immer sterben, Alter. Dann wirft der Typ einfach noch ein Geschenk rüber, ey. So, aber für deinen Gegner ist Silber 1 im Robo-Zug. In Sekunden hab ich Exhaust. Ja, da ist Gold 5. Oh, Mann, ey. Da hat Glöhrle die Pros abgekriegt, ey. Ja, ich krieg hier voll den Brocken, Mann. Der hier einfach... Das Ding ist aber auch, dass du wahrscheinlich Riven einfach schon häufiger gespielt hast, als ich im F. Das auch noch auf AP. Ich hab Riven 15 Mal gespielt bisher. Oha. Okay, Grace kann Flash. Also, wenn wir alle verspürt haben, Affe ist ein Noob. Wie kommst du denn, Affe, dass du dich in der Lane so gut schlägst? Dann ist er denn da los. Bist du doch ein Woheimic-Noor-Laner von damals. Ey, ich war früher ja wirklich bei... Weißt du was ich? 600 Games oder so war ich ja häufig in der Mitte. Oder bis zu... TSM warst du da früher. Ja, aber dann haben sie mich abgefuckt, ey. Mit ihrer Nerverei immer so... Oh, bitte Spielball und so. Oh fuck, hier kommt ein Pantheon. Oh Gott, Ulti of Doom. Ziggs hat grad weggeflasht. Ey, ich bin jetzt 5 Sekunden davon entfernt, ihn zu töten, ne. Den Ziggs. Aber Pantheon war einfach da mit ultimativer Fähigkeit. Da kann man halt auch nicht gehen. Ach ja, klar. Renigniter hier. Muss das Krokodil mal ein bisschen bändigen. Get wrecked, bros. So, geh mal mit Krokodil hin um. Huah. Mhm. Ja, Mann. Ja, ihr müsst ihr das weg. Ach so, ich bin ja schon wieder da, ey. Dann kann man auf der Leiche ein bisschen umdancen, alter. Dieser Ziggs, ey. Oh, Mann. Der hat Glück, dass ich meine Ulti verhauen hab gegen diesen Pantheon vorn, ey. Ansonsten wäre der dann schon Käse gewesen. Die Leute, die mich in einem normalen Counter picken, ne, ey. Die werden gerrackt dann sein. Oh, fuck. Boah, ja, sehr gut. Ey, das. Ja, ich hab meinen 2 aufs Smartcast noch wegen Vayne spielen. Da kommt der sich, das nögt dann der Ulti auch. Ja, bestimmt. Ja, die kommen, oh, fuck. Kammer hast du einen Wetten, 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 er trifft nicht. Raffe hat kein Ulti. Das ist gut. Neul, das ist weggekippt. ...emh, ey, ich hab den nur die Wand gezackert. Ich hab den nur die Wand gezackert. Ist ja gesagt, sag das nicht. Ich hab den gedrackt. Ich geh jetzt über dieses Dranken Sailor, die dann drunken sailor. Ich hab ihn weggekickt, komm, ich hab ihn getackert. Ja, der ist auch, Drake, way. Wie geht's los, Alter? What will we do with a Dunkin' Sailor? What will we do? What will we do with a Dunkin' Sailor? Weißt du, der hat... Ey, der hat einfach eben noch Lachen gespammt, ne? Oh, shit! Pantheon, Pantheon, Pantheon und ein Renekton! Ey, Pantheon und Renekton hier, Mann. Was geht mit dem? Shave is quality with the Rusty's Razor. Shave is quality with the Rusty's Razor. Ey, die sind voll Aggro hier. Ey, die kommt zu euch, die kommt zu euch. Way, hey, napschi, Razors. Voll gut, ey. Ey, was macht denn der Pantheon? Ach, der Renekton jetzt hier? Hat er gesoffen, oder war das? Ja, er hat genug auf der Top geklatscht. Ja, er hat genug auf der Top geklatscht. Er wurde genug auf der Top geklatscht. Oh, shit, er flasht in mich rein einfach. Mit seiner Tankiness schafft er es auch noch zu überleben, aber nicht gerade die Dicke hier, würde ich sagen. Ich war bei, weiß nicht, 15% HP und dann kommt er da einfach rein. Geflasht. Der alte Lump. Der Lump. Oh mein Gott. Pushen nach Feuerung. Das tust du, ich will nicht pushen. Du willst nicht pushen? Nein. Nein. Den Drake habt ihr immer gekriegt, ne? Ja, den Drake haben wir. Deswegen. Wenn wir den Drake nicht genommen, wäre das ganz schön... Nein, wenn ich jetzt... Eben. Der Blubuff von euch ist jetzt gone. Ich glaube, wenn er mich wieder viel zu weit vorne... Ah, die sind wir mit dem Blubuff gerade, ab dem Glück. Ja? Ja, die haben mit dem Blubuff gesteilt. Oh, die gewinnen alle hinter euch. Ja. Ja. Wir töten jetzt all drei, komm. Go, go, go. Let us that, würd ich mal an. Das ist alles, das Blitzdrake. Warte, warte, nimm den, nimm den. Bei Riven ist auch noch was. Seht ihr mit dem Streuen, Alter? Wie töten die die jetzt? Farben die da unten rum? Oh, Ryan the Morning! Guck mal hier! Äh, so hier. Da steht drei Leute hinter euch. Man wird mich schwammeln. Eben. Guck mal, da kommt dieser Renekton schon wieder an. Äh, äh, äh. So. Hast du jetzt Renekton? Oh Gott. Ah, naja, das mit dem Namis sofort müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Seht 500 Gold an. Ist ein Pantheon geklärt. Ja, ne. Aber für Counter Jungle, ey, ey. Da kommt hier ein Jungle aus, aber raus. Ich sag's dir, ey. Als ob ich wieder Smiten und dann hat es nicht hingekriegt, weil er einfach nichts mehr hat. Guck mal, hier! Für dich! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele . Der E ist echt krass auf AP, man. Der klärt die ganze Wave weg. Ja, und die Ultis auch OP, man. Ey, da hinten ist ein Graves. Wir sind ja... Ey, wir sind echt schnell, man. Warum bist du überhaupt so schnell? Komm auf Graves, go! Jetzt! Ich bin durch den Pink gelaufen. Der ist in Pink. Dieser Rannik, dann bin ich die ganze Zeit hinterher aus. Dann los mit dem. Nein! Da kommt ein Rannik. Go, go, go! Der ist immer noch... Der rennt mir die ganze Zeit hinterher. Was ist los mit dem? Guck dir den mal an. Na, er will echt nicht KS'n mit der Ulti oder so, aber... Der Lümp! Der war lieber mit pushen an, statt der Specs zu nehmen. Wenn ich schon kässt, yes. Was ist? Fielst du? Anweisung geben, oder? Wir brauchen hier keinen zum mitpushen. Lieber mal, Aldi, Aldi. Meine Stärke auszubauen. Sonst machen die hier alle. Komm schon! Jetzt! Nein! Come on, ey! Kein Damage! Warum war das nicht der Lasse? Was aber alles ist, du hast dir alles One-Shot ist? Oh Gott, er hat so... Anderen.... Ah, ich ging mir schuhen. Exkind. ich gehe jetzt erstmal hier der will echt kriegt glaube ich und er macht sogar seine weil ich quasi nur mein gesicht geholt ist jetzt da gewartet oder gefeiert oder so oder die der gestand dann hätte ich meine ulti durchziehen können so habe ich nur six am arsch gekitzelt damit so blub 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 hmmm what do you do with a shotgun sailor what do we do with a shotgun sailor geht aber weiter hier geht weiter we are in the morning wir rotzen hier jetzt richtig schön weg ey dringend zu sehen mal am an aber weiter bis zu den dass der fachsinn kommen die erlaubt einfach diesen blitz kreik ent ob ihn die hohe schäden würden sie betrachten die ließ seine wegen ich bin dabei da sind wir dabei mein Mann schaust sie mitnehmen schaust die geschenke meistern kreden das hallo ich bin eine meisterschaft zu riefen in der männer den trauen und direkt existieren muss den du machen willst mal über den da ist er ja ihr habt ihn dabei geschützt nur bei gta so rechts liegen der will stil der kleine 6 schafft ihr jetzt kommt es in der mittel in der mittel der kommt wieder zurück so ihr feindet da ohne mich ein guter einfall ein guter einfach der hat meine ich sehe nichts genau drei leute stehen da rum ist das der peter ich gebe den boost mit der bubble wir haben alle überlebt außer wörs ne doch nicht wenn es auch tut ich bin einfach viel zu spät reingekommen in teamfight man jetzt schiller hat einfach sonst waren schon angefangen der er wundert sich vor allem so lokieren nicht mehr jetzt verfolgen ja wer sollen sonst vom himmel fallen wer ist das jetzt der 6 der vom himmel da fällt mir der 6 vom himmel blitzkrieg ist level 23 ja gut das ist natürlich ein bisschen unfair blitzkrieg ist level 23 blitzkrieg ist level 23 jeder hat schon mal einen sauren apfel gebüschel würde ich sagen ja machst du nix machst du nix sehr gut raffig erst mal ein stück bei 4 hauptseite taumert ein 4 leute und kriegt diesen ja nicht grace erstmal klatsch erst mal mit ulti red buff clean ey klatsch auf dem weg mein freund auf dem weg bitte grad reinspringen was ist denn los hat den ey ey stell dich doch mal vor mich man alter der typ ey dieser scheiß mau kein nameless boff alter anstatt dass er sich vor mich stellt dann hätten wir engagieren können latscht er einfach vor mich also andere seite und jetzt läuft er da so rum ne zwischen tausend gegnern und tut so als wäre er der boss ey dieser nameless ey wird reported lau ich sehe so meanwhile den inhip oder was meanwhile nameless lässt mich sterben der 6 latscht dir immer so fröhlich her also lau 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 ich bin 6 latscht ich bin ich nicht bin kleiner jordel bloh toll ey wtf dieser nameless hat mich voll rein sterben lassen du bist auch so voll reingelatscht und die ne was ich wollte mich hinter dich stellen ich bin doch nicht reingelatscht die riven kann nicht mehr aufgehalten werden die riven kann nicht mehr aufgehalten werden die riven kann nicht mehr reingekacken ich mache in meanwhile 2 tower halb minute ha das hast du davon nameless ey try out splitpush ey du�� und dieses spiel rommelt sich glaube ich wieder ein jaaa dann werde ich mir sowas von deg rommeln ey guck hier diesen palette hat hier ich habe ich krügel wer jetzt den schmutz verkackt ich dachte schon ich blende das spiel verlassen ich habe dir nicht hingekackt ey guck mal hier ich gebe hier klatscheier den ein wenig den anderen wenn die es ist ok jetzt mal gefallen das ist ja schon fast ein bisschen vergewaltigend was ich ja tue ist ja schon fast illegal könnt ihr mich noch hören ja niemals bei mir steht gerade attempting to reconnect und ich habe permanenten 500 abhängen ich glaube ich wieder von mir weg oh mein gott wie die mich penetrieren wollen alter ja dieser nameless macht nur bullshit in der tank position ja was soll ich machen alle soll ich warten bis sie einfach penetriert haben und wir uns nicht werden die haben das auch gut geplant also 6 stand ja irgendwie hier da wo auf dem pantheon ist dann hier ganz schön tricky um die ecke gelaufen und dann kam der blitz von hier haben uns eingekesselt die tolls mann 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 keine chance dagegen gegen diese big tactics ich geh töten oh der craving geht all in und wain denkt sich einfach i just give a fuck der craving geht sogar mit exhaust an den ball ich werde ich werde verrückt ja weil wir den jetzt killen ich werde hier verfolgen ich muss mal oben ich muss mal oben dieser fucking blitzcrank 23 ist hat er sich von grätschern komponenten hat er sich von dem 23 gelaufen lassen ist ja unglaublich kompletter als platin fünfer ne ich weiß ja nicht rafiki nirgendwo ist er wieder bei 99 dr der die erneutiert neuner siehende neuner sieplänen und sie wieder über hier sind wir sind so ein so ist die reihe das ist das ist die Fortunä guter Ja, so. Ah. Was denn? Man kann die dicken Sprüche reißen, weil ich einfach 15-4 stehe. Und in diesem Game liegt einfach so aus. Ach, der wird dem Rage schon wieder lossehen. Einer würde denken, dass ich mal voll der Fieder bin oder so. Ich seh nichts mehr. Oh mein Gott, ich seh einfach wirklich echt fucking wenig! Oh, diese Bugs. Puh! Der hat mir meine Miss Fortune Balls gerettet, ey. Etf. Nein! Wieso war ich überhaupt sichtbar? Ich hatte die ganze Geschichte auch im Kopf. Ich weiß nicht, was ihr sagt, ne? Weil ich würde sagen... Let's go to the ball! Gibt Ignite jetzt Sicht auf den Gegner? Ja, ja. Ist das schon immer so? Loll, ich tänke das doch nicht, ihr Schweine! Warte, die Augen lang! Ja, Alter! Du hast mich gebatet! Hast du dich da grad von deinem Level... Lol, da kommt der Pantheon angeultet. Alter, da hätt ich meine Ulti, weil die wärst du jetzt... Buckfisch, ey! Die wär Buckfisch! Die wär Buckfisch! What should we do with a drunken sailor? Bo 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 bo! Hast du schon mal an DSDS gedacht? Ja! Hafa mach Ulti rein! Los! Nein, das ist nicht die Ulti! Oh, dieser KS! Dieser KS! Ich sag's dir! Ich hätte den getötet! Oh fuck it! Huu! Rückwärts! Das Ulti, du Typ! Mach ich! Ja, ey, diese Vayne ist all day long! Ja, das war grad KS, genau! Auf jeden Fall! Sein Ulti hat auf jeden Fall den meisten Damage gemacht! Definitiv! Jetzt erst mit Voidstof! Ich glaub, es ist nicht so witzig, wenn ich... Wenn ich jetzt noch auf... Ähm... ...Denks gehe? Auf Realize Crystal Cepter? Ach, ich burstet doch keiner um! Wurde mal überstunden, Lars! Mich burstet keiner um! Break this up! Mich burstet keiner um! Okay, dann watch ich gleich mal, wenn du da so fightest! Tja, mach ich! Mach du mal, mach du mal, ey! Ja! Mann! Der kommt jetzt hierher und kommt hier so um die Ecke! Wer? Ja! Und ich mach wieder Blue Buff! Das ist wieder das gleiche Szenario wie vorhin, ey! So! Blue Buff! Kein Problem! Sagt sie! Einfach so! So, ich geh jetzt Mitte Druck machen, Leute! Druck, 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 Druck! Du 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 dum du 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 du! H束 nach79! 빨uru Kanin Jamie weiter! N 해요wenn Samle? Gönn sie sie dir? Affe! Amf! Ich hab' erwartet, dass der bauteil da rein springt! Da?! wir haben bei Kühn wir sehen ja was ist auch so ein bisschen den Splitt nur ich habe mal nur meine Mann ich habe hier enttäuscht der Ops werden würde mich an einer den Kaffee im Trauer und Stoß der das ist gut für sich damit die sich aufzahlen oder so ich bin jetzt so an und für sicherlich tausend mal stärkt sich so einfach so, okay, weh, 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 das ist schasselig mach Druck da vorne, ne? mach Druck hier unten, tschüss! oh, ich hab ein Arm-Mu-Wort einfach, hm naja, bitte, stopp, bitte, stimme in den rein pushen, 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 meine Freunde denkste, dass du hier ein Last-Hit kriegst, ne? Gott! ey, drei Leute, komm, wir müssen doch mal irgendwo anders jetzt auch machen hier! Machen wir doch! ja, das ist nicht genug, Volk, der Tower steht immer noch Nehmen wir jetzt, hau mal lieber auf den Tower! das machen die beiden kurzen Carries hier oh mein Gott, der Graves flasht mir hinterher! ey, komm! Habe ich doch angegriffen, aber wenn nur ich den angreife, ist das echt low! ja, Vayne reportet, ja low! ach, dieser Sixflash erstmal über die Moll, ey low! rot-Level, der so reportet, man, die haben mich verrecken, das ist echt sowieso! rot-Level ist meistens insta-report also hast du ein Glück, dass dieser Blitzschrank-Level doch 21 ist, ey, weil dann hätte der Hook nicht gesessen, meine ich aber er kann schon Emote spammen, hier, Britaria, zack, die, oh mein Gott, also, hm! 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 oh mein Gott, Alter! mach mit A, mach mit A, mach mit A, mit A, mit A, mit A, mit A, er grittet sich jetzt! close! naja, ne, kann nicht wieder gut sein! gib ihn! und ich konnte, dass der Leit ist! ich glaube, der ist der Leit ist! ich komme mir hingegen! mrs. Naami! der Hook? oh! oh, oh, oh! oh, 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 oh! lass doch'n wieder rein! oh mein Gott, oh, mein Gott! ich hab' nur lange überlebt! er noch lange survived, sagt er! Das ist ein Naik-Tower-Date-Töten! die gehen halt auch hier in der LetztFest, für den Frosch und Spagne in den Mixer, oder was? wollt ihr mich mocken? Ja, da kannst du ruhig deine Scheiß-Ultu hinwerfen, du Six, ey. Ich will dir auf einen E-Bild an B-M, ey. Wir dürfen auch einen Tower-Kaffee. Sag mal, wir machen nur den gleichen Scheiß hier. Wir belagern die Kacken rein, belagern die Kacken rein, Alter. Ja, wir können ja auch mal zum Baron baiten oder Baron machen. Ich bezweifle, dass die da irgendwelche Worts stehen haben. Aber unser Hafen meint ja immer, sie muss pushen und dann sterben. Ja, ist auch viel sinnvoller, als an einem Tower die ganze Zeit bei einem Six rumzupimmeln. Wenn die ganze Zeit die Valve kleiert und dann stehen wir da wieder und wieder und wieder. Das mitpushen wir lieber, dann kann er sich nicht mal am Arsch klecken, ey. Ich bräuchte mal Spell-Van-Bay, das fällt mir jetzt voll auf. Ach so. Ja, ich glaub das wär richtig cool. Segel setzen. Die kommen jetzt angerast hier schon wieder, ey. Dieser Lappen nochmals. Dann grabt der jetzt so, mach ich mal so. Easy gedudged. Komm den töten wir. Sag mal, haben die hier ne Wort. Ja, tschüss. Auf was mit er erinnert sich das so, hatte ich jetzt. War der irgendwie auf mich aus so? Oder kam mir das nur so vor? Ich weiß, ob der ist irgendwie der Lanke rein. Ich glaub der wollt worden oder so. Den Bluebuff guckt nach, guckt ob der noch da ist. Sag mal Leute, ist er grad nicht in den Riven langgelaufen? Ich guck mal ob der Bluebuff noch da ist. Was ist das? Oh no! Ey, jetzt geht ihr da rein, alter. MF ist nicht mit dabei, aber es wird reingegangen, ey. GG. G to the G. Ich schütze sie alle! Go Penta-Klarino! Okay, unter 2.000 reicht das nicht, Mann. Uuuuh. Steck für mein Knight, alter. Kein Panzer, ey. Langweilig. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Wow. Wenn Tommy in den Kopf wird das nicht vergehen. Oh, woher ist da nicht in der Uldia, da wird er wegrasiert, ne? Zap, 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 zap. Ja, mein Schild ist alle 3 Sekunden ab, das ist voll cool, Digi. Fair game. Ohohoho. Ah, herr auf den kompletten Donnerstrauß. Du bist mein Freund. Da hat er einfach geschluckt, der Graves. Denkt ihr so, ich bin Graves. Ich bin ein Mann. Cinematic Reichstag. Aber was haltet ihr von Baron? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dem Tower? Auf Botlane haltet mit seinen 2-3 HP, ey. Der ist Chia Hoke jetzt schon längst. Nur Leuko, die Pantheon, Leute. Ne, ich hab den, ich hab den noch eben gerade angeguckt irgendwie. Hast du die Pantheon-Ultige gesehen? Was, ne? Closed game. Ich sag's euch. Äh, so, äh, Solo. Puh, Baron Venge. Der Sterne, irgendwie Pantheon Venge. Mann, es kommen gleich 5000 zu mir hier unten hin, Alter. Das seh ich jetzt schon, ne? Äh, Gozu hier. Gozu, Vayne. Klar auf Lash. So. Habe ich einen Baron-mäßigen Buffy? Ja, 110 damage quasi. Hättest du dich mit der Barbe wenigstens getroffen, hätte ich jetzt ein Team von nicht getroffen. Da, komm, bitte sehr. Bis jetzt glücklich. Ich glaub, einfach straight einen Weg, und du schaffst es nicht in den Barbeen zu treffen, ne? Ich hab dein Homegards nicht eingeladen können. Wie bist du eigentlich Diamond 5 geworden, ne? Nicht mit einer Army Support. Ja, hab ich mir schon so gedacht, ja. Äh, boah, Clearen sind 10 Gold für mich. Warte mal, mach mal, mach mal. 1066, ja. Guck mal so Red Trinket. Ey, mach mal bitte, mach mal Drake gerade mal. Kommt. Haut rein. Jetzt erst recht nicht. Okay, mach bitte. Mach mal eben Drake, dann kann ich mir mein nächstes Item holen. Los, 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 los. Oh, guck mal da. Guck mal, die Sprinten jetzt da rein. Guck mal, passt auf. Ja, mach mal Drake. Wayne, mach mal Drake. Nicht da in Ulten, ne? Let's go. Wayne, mach mal Drake. Ja, Wayne, Drake. Oh, ein Zug, ein Zug, ein Zug. Oh, Mann, alter Kerr. Oh, Spacko, ey. Lol. Alter, ey. Ich will so einen Ausdruck rein, ey. Ich will so einen Ausdruck rein, ey. Komm schon, mach den Drake. Oh, ja. Ich würde da wenigstens stehen bleiben, doch ein bisschen lachen. Stundenglas. Oh, toll. Ah, dieser Blitz, ey. Hättest du es fast geschafft, Brenner zu machen, 2 gegen 5 Klörner. Dieser Klörner, der geht immer in meinen Tod rein. Den Klörn bin ich 10 mal gestorben. Was macht denn der Baum da jetzt wieder für eine solche Aktion? Wo war die Welle? Wo war die Welle? Ich habe damit alle getroffen. Ach so, ja, also wir sind nicht mitgekriegen. Der kann ja nicht so großartig gewesen sein, ey. Oh, komm zu mir, hier, komm zu mir, hier. Guck mal, wie der Name ist, ne? Spiel einfach mal. So, ey, ich denk hier wie ein Boss, ey. Das ist unglaublich, Maokai ist so tanky, ey. So, ich geh jetzt hier wieder hier unten hin und push wieder, ey. Wie verrückt. Bin nur am pushen. Ja, 4400 Leben, ne? 200 Amor, 177 Magic Wissens, mit Double Genes, kein Schaden mehr. Ach so, er wundert sich, dass ein L4 im 14 Maokai stärker setzt sich. Aber eine Vayne würde Maokai easy klatschen, ey. Ja. Vayne würde jeden Tank easy klatschen. Aber man muss sich einfach... Sollte bei Klinge 2 sein. Wenn du jetzt direkt spawnst, ja? Wenn du direkt spawnst. Da. Glücklich. Naja, aber es ist noch 3. Ich brauch mehr items. Ja. Ja. Wenn viele da... Ah, eigentlich Surrendert. Das ist ein Ungemacht. War Surrendert? Ey, Jo. Und jetzt Surrendert sie, ey. Das ist kack im Sinn. Starf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt Surrendert, ja. Jetzt haben sie eigentlich gesehen, dass sie verloren haben. Also... Ja, nachdem ich sie so fertig gemacht habe. Also... Okay, Leute. Der Maokai war zu stark. Wir geben auf. Alter. Scheiß auf. Scheiß auf. Riven, ey. GG. So, Leute. Das war das Spiel. Miss Fortune in der Mitte hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Also... Das war das erste Mal, dass ich überhaupt Miss Fortune in der Mitte gespielt habe. Und erst recht auf AP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt der ganzen Sachen einen Daumen hoch. Guckt jetzt nochmal hier ein bisschen weiter. Jetzt könnt ihr noch für die nächsten Champions fürs nächste Video voten. Macht das einfach mal. Und ich würde sagen, hau da rein. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.